Achtung, Achtung! Hier spricht die Gewerkschaft der Polizei. Dies ist ein Notruf. Achtung, Achtung! Tatü, tatar, nix mehr da! Schön, dass ihr da seid! Es ist nicht üblich, und ich muss mich lange zurückerinnern, dass Uniformträger der Bundespolizei sich genötigt sahen, auf die Straße zu gehen. Und wir hätten gute Gründe, auf die Straße zu gehen. Ich denke an die 7100 Obermeister, die kaum Beförderungschancen haben. Ich denke auch an die Fachangestellten, die im Haushalt nicht mal die 125.000 Euro übrig haben, um sie angemessen einzuprobieren. Und ich denke auch an die Oberkommissare und Oberräte. Aber, Kolleginnen und Kollegen, eure Anwesenheit heute hier soll aufwirksam machen auf die Überlastung, die wir in der Bundespolizei haben. Und, Kolleginnen und Kollegen, wir als Gewerkschafter sind berechenbar. Es gibt eine Ministervorlage, in der drin steht, mit gewerkschaftlichem Protest ist zu rechnen. Ja, wir bleiben berechenbar! Ja! Achtung, Achtung! Hier spricht die Gewerkschaft der Polizei. Wir wenden uns an die Bürgerinnen und Bürger. Tatü, tatar, nix ist da! Ja! Unsere Arbeit ist mehr wert. Wir sind nicht die gretlosen Bücklinge, die dankbar sind für die Brotkrumen, die vom Tisch der Herrschaft fallen. Wir leben euch von Gott! Wir leben euch von Gott! Achtung, Achtung! Hier spricht die Gewerkschaft der Polizei. Seit Jahren beträgt der Anteil am Bundeshaushalt, der auf die Bundespolizei fällt, unter 1%. 0,84% trotz Bedrohungsszenarien, trotz Aufgabenzugungs. Auch das ist eine Reaktion auf Gefährdungsanalysen. Insgesamt sind durch die Verlängerung von Wochenarbeitszeit 700 Stellen gestrichen worden. Das ist die Antwort der Politik auf die Bedrohungslage Deutschlands. Die Bundespolizistinnen und Polizisten setzten sich für dieses Land ein. Und ihr Innenminister versteckt sich hinter der schwarzen Müll. Die Menschen in der Bundespolizei sind es wert. Die innere Sicherheit ist es wert. Wenn wir diese Mittel nicht bekommen, geht die innere Sicherheit baden! Arbeit ist mehr wert. Ich danke euch, dass ihr heute nach Berlin gekommen seid. Wir werden nun die Grußworte der Abgeordneten hören. Herzlichen Dank! Wir werden nun die Grußworte der Abgeordneten hören. Wir werden nun die Grußworte der Abgeordneten hören. Zum Schluss, Herr Streich und den Kreisgatt. Vielen Dank.